Hi, ich bin Sophie. Moin, ich bin Katha und zusammen sind wir in ein Neustudio aus Hamburg. Wie der Name Neue schon sagt, machen wir aus Alt wieder Neu, sprich wir machen nachhaltige Upcycling-Kleidung. Hamburg ist für uns einfach eine Metropole mit ganz vielen verschiedenen Gesichtern und das versuchen wir auch in unserer Mode wieder zu spiegeln. Unser nachhaltigen Beitrag leisten wir, indem wir in Hamburg in der Nähe vom Schlumpf produzieren und dafür verwenden wir nur natürliche Fasern wie z.B. Baumwollhemden oder Kaschmierpullover, die Flecken oder Löcher haben und sonst nicht getragen werden können. Wir lieben vor allem am Wochenende auf den Goldbeekmarkt zu gehen, weil wir da einfach die Atmosphäre lieben, im besten Fall scheint sogar die Sonne, man kann sich ein kleines Croissant holen oder einen Kakao und da genießen wir einfach gerne die Zeit in Alsternähe und schlendern da gerne drüber. Ich gestalte Hamburg Bund und wir machen das alle zusammen. Ich gestalte Hamburg Bund und wir machen das alle zusammen.